So, ja, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Gewinnermittlung. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sehen könnt, wir setzen unsere Reise fort, werfen heute im Detail einen Blick auf den originären Geschäfts- oder Firmenwert. Wenn ihr noch Definitionen zum originären, Derivativen und allgemein zum Konstrukt des Geschäfts- oder Firmenwert benötigt, dann schaut auf jeden Fall das Video zuvor an. Heute geht es darum festzustellen, dürfen wir diesen aktivieren in der Bilanz. Wir befinden uns auf der Aktivseite. Man spricht auch von der Bilanzierungsfähigkeit, Aktivierungsfähigkeit. In diesem Fall von der abstrakten Aktivierungsfähigkeit bzw. Bilanzierungsfähigkeit. Also der originäre Geschäfts- oder Firmenwert ist ein selbst erstellter geschätzter Unternehmenswert und damit subjektiviert. Die Begrifflichkeiten Vermögensgegenstand und Wirtschaftsgut sind durch das Handels- und Steuergesetz nicht definiert. Deshalb widmen wir uns dem handelsrechtlichen Schrifttum und dem Bundesfinanzhof. Und zwar gibt es dort Kriterien. Diese nennt man Vermögensgegenstandskriterien. Ja, nach Bundesfinanzrechtsprechung, Handelsrechtlichen Schrifttum gibt es da auch noch im Detail ein paar Unterschiede. Und zwar, die eine Seite sieht Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand identisch. Die andere Seite sieht da einmal einen Unterschied im weiteren wie in engeren Sinne. Das werden wir heute nicht bearbeiten. Es geht heute primär um diese Kriterien, um festzustellen, okay, ist der originäre Geschäfts- oder Firmenwert ein Vermögensgegenstand, den wir in die Bilanz aufnehmen dürfen. So, wenn die abstrakte Fähigkeit des GOF nicht gegeben ist, dann dürfen wir den entsprechend auch nicht in die Bilanz aufnehmen. Das Ganze können wir überprüfen anhand folgender Kriterien, die wir auswendig lernen müssen, da sie nicht im Gesetz definiert sind. Also, ich unterstreiche noch einmal, wir haben hier die ersten zwei Kriterien bezüglich der Handelsbilanz und die folgenden drei Kriterien in der Steuerbilanz. Ja, wer erinnert sich noch an die Prinzipien, an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung? Und zwar hatten wir dort ein Prinzip der Maßgeblichkeit, sogenannte Maßgeblichkeitsprinzip. Okay, das sagt einfach nur aus, die Vorschriften laut Handelsrecht gelten auch für Steuerrecht. Das heißt, wenn ich in der Handelsbilanz einen Posten aktiviere, darf das auch in der Steuerbilanz tun. Allerdings trifft das nicht mehr zu. Wir müssen ab und zu mal die Maßgeblichkeit durchbrechen. Die Prinzipien werden uns in den kommenden Videos verfolgen, genauso wie jetzt diese Kriterien, wo wir auch noch neue Kriterien kennenlernen werden für Verbindlichkeiten, allgemein Fremdkapitalschulden, Rückstellungen. Ja, das Ganze aber in den nächsten Videos dann entsprechend. Also, gucken wir uns da erstmal die Pakete hier an. Ich spreche hier einmal vom HR-Schrifttum abgekürzt. Das erwähne ich jetzt nur heute. Auch heute werden wir das Ganze etwas ausführlicher durchgehen. In den kommenden Videos werden wir uns dort ein bisschen, ja, kürzen, verkürzt halten. BFH-Rechtsprechung hier die Abkürzung. Rechtsprechung. So, also, wirtschaftlicher Vermögenswert, Sachenrechte oder andere Vorteile, die Nettoeinnahmen verkörpern und eins für Wertbarkeit, unternehmensexterne Transformation in Geld in Form von Veräußerung oder endgeltlicher Nutzungsüberlassung. Es reicht, wenn ich pro Kriterium einen Satz schreibe, verschwendet nicht zu viel Zeit mit den Formulierungen. Da liegt nicht der Kern drin. Der Kern liegt darin, am Ende ins Gesetz zu schauen und zu schauen, darf ich das jetzt aktivieren, ja oder nein. Wenn wir allerdings hier bei der abstrakten Fähigkeit schon scheitern, abstrakt heißt, wir gehen die Kriterien durch, konkret heißt, wir blicken ins Gesetz hinein. Wenn wir aber hier schon scheitern, dann brauchen wir auch gar nicht mehr ins Gesetz zu blicken. Es gibt dort auch ein paar Ausnahmefälle, wo wir trotzdem ins Gesetz mal blicken werden. Werde ich aber hier alles nicht im Detail besprechen. Also, heute geht es nur um die abstrakte Fähigkeit des originären GOFs. GOF, hier die Abkürzung und im nächsten Video dann der Derivative GOF. Wirtschaftlicher Vermögenswert, also Vorteile, Nettoeinnahmen, Sachen, Rechte, etc. Ich mache es kurz, und zwar der originäre GOF oder Firmwert verkörpert Nettoeinnahmen, da ein Vermögensvorteil gegeben ist. Ein kleines Beispiel, Unternehmen X erstellt eine Marke X oder ein Image X und setzt diese Marke das Image mit 100.000 Euro an. Dadurch entsteht ein Vermögensvorteil, den wir in unserer Bilanz aufnehmen und gegenüber unseren Verhandlungspartnern eben eine bessere Position verkörpert. Dementsprechend können wir dadurch eben auch Nettoeinnahmen verkörpern, ein Vermögensvorteil entsteht. Das notieren wir mal kurz. Der originäre, der originäre, abgekürzt GOF, GOF verkörpert Nettoeinnahmen, verkörpert Nettoeinnahmen. Man könnte auch sagen zukünftige Nettoeinnahmen, verkörpert Nettoeinnahmen. Ich halte mich allerdings jetzt sehr kurz. Wie gesagt, nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Am Ende sollt ihr eine Entscheidung treffen, ob das Kriterium zutrifft, ja oder nein. Und da muss man jetzt nicht ganzen Texte formulieren. So, da ein Vermögensvorteil gegeben ist, da ein Vermögensvorteil gegeben ist, Punkt, abgearbeitet. Wir machen hier hin und gehen direkt zur Einzelverwertbarkeit. Ja, hier ist es so, der originäre GOF kann nicht losgelöst vom Unternehmen einzeln verwertet werden. Ja, er kann nur zusammen mit der Unternehmung verwertet werden, aber nicht einzeln. Und das notieren wir, der originäre GOF ist ja ein selbst geschaffener Unternehmenswert. Dementsprechend, ich setze mit 200.000, 1.000.000, 10.000 Euro an und er liegt damit subjektiven Einflüssen. Ja, wer möchte mit denen einzeln verwerten? Er kann nur in Verbindung mit der Unternehmung verwertet werden. So, der originäre GOF kann nicht losgelöst vom Unternehmen einzeln. So, das würde jetzt hier auch schon wieder ausreichen und ihr merkt, wir scheitern hier schon am zweiten Kriterium. Ja, wir machen den X hin und die Folgewerts-Ergebnis-Rechtsfolge wäre jetzt laut HR-Schrifttum, Handelsrechnung-Schrifttum, liegt hier kein Vermögensgegenstand vor, Vermögensgegenstand oder Wirtschaftsgut vor, Punkt. Ja, demzufolge sind wir hier gescheitert und gehen über zur BfH-Rechtsprechung. Das heißt, Handelsbilanz, wir dürfen es nicht aktivieren. Jetzt gucken wir mal, was bei der Steuerbilanz ist und werden feststellen, dass es hier auch nicht funktioniert. So, wirtschaftlicher Vermögenswert. Wenn ihr sowas habt, wo sich Kriterien ähneln, das werden wir in den nächsten Videos auch ab und zu mal feststellen, wenn wir die Verbindlichkeitskriterien durchgehen, Rückstellungskriterien, Kriterien für den Rohverlust etc. Ja, dann werden wir merken, dass wir ab und zu ein paar ähnliche Kriterien haben, die wir eigentlich schon zuvor bei anderen Aufgaben, ja, verwendet haben. So, beziehungsweise im vorherigen Aufgabenteil, ich weiß nicht, wie die Aufgaben sich bei euch in der Klausur gliedern, dann schreibt ihr einfach nur hin, siehe Aufgabenteil zuvor oder siehe in diesem Fall HR-Schrifttum. Also, da jetzt nicht Zeit vergeuden, denn Zeit ist kostbar in einer Klausur, dann lieber direkt zum nächsten Kriterium. Trotzdem müsst ihr natürlich kenntlich machen, okay, ist gegeben, Punkt. Greifbarkeit, zumindest die Übertragbarkeit mit dem Unternehmen muss gegeben sein. Machen wir es kurz. Grundsätzlich kann hier von einer Übertragbarkeit mit dem Unternehmen ausgegangen werden. Allerdings, wenn wir den originären GOF übertragen, dann ist es so, dass es sich um einen derivativen GOF handelt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Unternehmensaufkauf habe, Unternehmen A kauft Unternehmen B, ist ja möglich, dann übertragen wir den originären GOF von A auf Unternehmen B. Allerdings wäre es ja dann ein derivativer GOF. Wir haben einen Käufer, der einen Kaufpreis bereit ist zu zahlen, meinetwegen 100.000, 200.000, 500.000 Euro. Ja, und dadurch ist es kein originärer GOF mehr. Aber grundsätzlich können wir hier von ausgehen, grundsätzlich kann von einer Übertragbarkeit ausgehen. Das mit dem derivativen GOF schreibe ich jetzt hier nicht hin. Wir haken das ab. Allerdings könnte man hier auch Gegenargumente finden. Sagen, okay, Übertragbarkeit ist eigentlich nicht möglich, da wir ja dann einen derivativen GOF hätten. Eigentlich, ja, es ist hier strittig. Ich hätte jetzt auch keine Argumentationskette. Ich richte mich da jetzt eher an eine Vorlesung bzw. Übung. Dennoch, wenn ihr da eine Argumentationskette habt, ein, zwei Sätze, das Ganze eben beschreiben, dass wir hier scheitern am zweiten Kriterium, dann schreibt das hin. So, ihr müsst euch aber dann auch sicher sein. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir nehmen also diesen Weg. Dementsprechend gehen wir zum dritten Kriterium. Wenn ihr jetzt hier gescheitert werdet am zweiten Kriterium, dann könnt ihr direkt hier Feierabend machen und sagen, okay, folglich laut BFH-Rechtsprechung scheitern wir hier keinen Vermögensgegenstand. Selbstständige Bewertbarkeit, objektivierte Wertermittlung, losgelöst von anderen Vermögensgegenständen. Hier musst du direkt Klick machen. Im letzten Video haben wir den derivativen wie den originären GOF definiert und haben festgestellt, okay, das eine Paket ist objektiviert, das andere Paket ist subjektiviert. In diesem Fall ist der originäre Geschäfts- oder Firmenwert subjektiviert, also subjektive Einflüsse verhindern eine objektivierte Wertermittlung. Subjektivierte Einflüsse verhindern eine objektivierte Wertermittlung. 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 So, denn wenn ich eine Marke X erschaffe, erstelle, dann setze ich einen bestimmten Wert an, aber der Wert resultiert aus, eventuell aus meinen persönlichen Präferenzen, aus meinen Erfahrungen, etc. 100.000, 90.000, ich kann es nicht richtig begründen. Es ist nicht objektiv genug. Objektiv wird es dann, wenn ein Kaufpreis ins Spiel kommt, wenn ein Käufer bereit ist, diesen GOF zu kaufen für 200.000 Euro. Dann hätten wir anhand des Kaufpreises eine objektivierte Wertermittlung. Trifft die nicht zu. Demzufolge Xen. Ja, und folglich hätten wir in beiden Fällen nach HR, Schrifttum und nach BFH, Rechtsprechung, keinen Vermögensgegenstand und müssen hier nicht in die konkrete Bilanzierungsfähigkeit hineinblicken. Konkret heißt Gesetz, abstrakt heißt Kriterien anwenden. So, ob ihr das Ganze jetzt Bilanzierungsfähigkeit nennt oder Aktivierungsfähigkeit, müsst ihr für euch entscheiden. Wir befinden uns allerdings hier auf der Aktivseite und in 3, 4, 5 Videos auf der Passivseite. So, das werden wir dann aber noch sehen. Heute etwas ausführlicher gemacht. Die Kriterien auswendig lernen. Im nächsten Video werfen wir einen Blick auf den derivativen GOF. Da werden wir sehen, dass vielleicht das ein oder andere Kriterium hier unter anderem die objektivierte Wertermittlung dann vielleicht ja doch zutrifft und wir das Paket hier aktivieren dürfen. Das schauen wir uns aber im nächsten Video untereinander. Bis dann, haut rein und ciao.